Sarah Engels, 29, gewährt ihren Fans einen Einblick in die Feier. Die ehemalige Deutschland-Sucht-Den-Superstar-Finalistin ist inzwischen zweifache Mutter. Ihr erstgeborener Alessio, 7, wurde jetzt 7 Jahre alt und bekam zu diesem Anlass eine tolle Geburtstagsfeier, unter dem Motto Pokémon organisierte Sarah für ihren Sohn eine niedlich dekorierte Fete. Nun teilte sie mit ihren Fans süße Schnappschüsse rund um die Feierlichkeit. Auf den Bildern, die Sarah auf Instagram teilte, ist die Geburtstagsdecke gut zu erkennen, ein riesiger Pikachu-Ballon schwebt im Garten der Familie. Auf einem zweiten Foto Sarah und Alessio vergnügt auf einem großen Trampolin. Ich bin unfassbar stolz auf dich, mein Schatz, und auf das, was du bist. Für mich bist du perfekt und warst es auch schon immer, schrieb die Sängerin unter den Beitrag. Fans und Weggefährten freuten sich wahnsinnig über den Post. Viele nutzten die Kommentarspalte, um Alessio zu gratulieren. Dazu zählten unter anderem Gianna Inazarella, 45, und Pietro Basile, 32. Viele andere User posteten zahlreiche Herz-Emojis. Viele Männer, 23. Untertitelung des ZDF, 2020